Wenn ich die Zeitung aufschlage, klingt Europa manchmal wie ein einziges großes Problem. Als Kapitän weiß ich, dass es schwer ist, eine große Mannschaft mit unterschiedlichen Spielertypen zusammenzuhalten, die Schwächen auszugleichen und die Stärken richtig einzusetzen. Aber ich weiß auch, dass es funktionieren kann und dass ein Team immer stärker ist als ein Einzelkämpfer. Ich will Europa. Untertitelung des ZDF, 2020